Norddeutscher Rundfunk 2021 Es ist immer noch ruhig am Morgarten. Wir erwarten die Habsburger seit Tag und Stunden. Und wenn sie endlich am Egersee in die Landsritte kommen, dann rühren wir dann unsere Baumstämme um den Faust noch. Ja, nachrühren! Ist das denn nicht zu schwer? Nein, nein! Also dann, auf in die Schlacht am Morgarten! Sorgen für mein Weib und Kind! Nein, das ist Zempach, nicht am Morgarten erst in 70 Jahren! Also, aber was ist denn die Lösung? Für Freiheit, für Uri, Schweiz und Unterwalde! Ich habe aber gemeint, du sollst aus Solothurn und ich aus Zürich. Ja, sind wir am Ende auf der falschen Seite! Dann wären wir ja Ausländer! Mein Gott, wir sind doch Schweizer! Noch nicht! Erst in 200-300 Jahren! Jetzt gehören wir noch zum Deutschen! Reicht du so, Schwab? Oh, herrje! Mein Gott, dann gehen wir vielleicht gescheider! Noch ist nicht Allertageabend und wir können schauen, dass wir statt der Eingenossenschaft lieber gerade der EU beitreten! Lasst uns schwören! Wir wollen sein ein einzig Volk von Habsburger! Aus lauter Not weglaufen vor Gefahr! Wir wollen frei sein wie die Zürcher waren! Eher denn tot als in der Urschweiz leben! Let's make the Schweizer butter place! Bem-ets! at!